So, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns mit Phong Shading beschäftigen. Phong Shading ist der Go-To-Standard, wenn es um Shading geht in vielen Fällen und ist eigentlich eine relativ angenehme Art und Weise, wie man wirklich mit Licht arbeiten kann. Denn bei Phong Shading ist es jetzt so, ihr habt kein einfaches farbliches Material mehr. Also quasi hier haben wir einfach gesagt, hey, das Ding ist grün und das hier ist weiß. Nein, wir haben bei Phong Shading tatsächlich ein beleuchtungsabhängiges Material. Das heißt, es reflektiert sozusagen das Licht einer Lichtquelle, so wie ihr es im echten Leben auch erwarten würdet. Und dadurch sieht das Ganze so unfassbar viel realistischer aus. Das hier ist einfach, nun ja, schlecht im Vergleich. Gut, lasst uns das direkt mal ändern. Und zwar, ich habe hier schon dieses Child.Position ausgestellt, damit wir hier nicht irgendwie aus Versehen irgendwelche Animationen haben, sodass unsere ganze Szene aus dem Bild rausflattert. Und eine weitere Sache möchte ich gerade noch kurz ändern, denn wir sagen hier auch direkt, wir haben den Renderer. Und ich möchte ganz gerne nicht nur die Size des Renderers setzen, sondern auch den Hintergrund. Also Renderer.setClearColor, also quasi die Hintergrundfarbe. Die soll doch bitte jetzt mal irgendwas Grauartiges sein, RGB. Vielleicht ein helleres Grau, dann erinnert uns das vielleicht so ein bisschen ans Tageslicht, welches wir schon sehr lange nicht mehr gesehen haben. So was in die Richtung hier. So, schauen wir uns das mal ganz kurz an und jetzt, nein, wir sehen es immer noch nicht. Okay, ihr müsst für die Hintergrundfarbe, müsst ihr hier wirklich einen Deep Reload machen, damit das Ding nicht noch gecached wird von eurem Browser. Das kann manchmal vorkommen. Immer noch ein bisschen zu dunkel, wenn ihr mich fragt, lasst uns das vielleicht... Ja, wobei, das ist eigentlich ein schönes Grau. Ähm, und ja, jetzt haben wir sozusagen den Hintergrund, jetzt können wir den Hintergrund von dem Vordergrund unterscheiden. Jetzt machen wir mal folgendes. Und zwar, wir ändern das Shading auf Phong Shading, beziehungsweise wir ändern das Material hier auf Mesh Phong Material. So, und ja, bei Phong Material könnt ihr jetzt tatsächlich hier sagen, ähm, wie ihr das genau haben wollt. Wir machen jetzt hier trotzdem nur eine Farbe. Ähm, wir müssen die Farbe jetzt so ein kleines bisschen anders angeben. Das heißt, wir sagen hier nicht mehr, wir geben die Farbe so an, sondern wir sagen jetzt hier, wir geben die Farbe als RGB. Und, ähm, lasst uns, lasst uns 100 nehmen von mir aus. 100, 100, ups, nicht 1000. Mehr als 255 dürft ihr hier nicht machen, das wisst ihr aber höchstwahrscheinlich. Und dann eben dasselbe noch hier unten. Also einmal das Phong Material austauschen und einmal das RGB austauschen. So. Und ja, jetzt werden wir gleich was feststellen, was euch vielleicht überraschen wird. Aber wir haben wieder nichts, ja, wir haben wieder keine Farbe. Und das liegt einfach daran, dass wir keine Lichtquelle haben. Denn wenn wir keine Lichtquelle haben, naja, dann können wir logischerweise auch nichts sehen. Und das ist auch okay soweit. Ähm, aber wir sehen, dass da was ist, dadurch, dass es sich dreht, aber die meiste Zeit ist es einfach nur schwarz. Weil, wie gesagt, das ist ein kompletter leerer Raum, ohne auch nur eine einzige Lichtquelle. Und lasst uns für den Anfang einfach mal ein ganz normales Punktlicht oder auch Pointlight genannt hinzufügen. Das heißt, wir bauen uns jetzt hier einfach mal ein, eine Function, Generate Pointlight. Und, ähm, als Variablen kommt hier im Endeffekt die Color rein und die Intensity. Ähm, ich schreibe das hier jetzt tatsächlich mal aus, damit wir auch genau wissen, was es eigentlich ist. Und, ja, dann returnen wir einfach ein neues New, 3.Pointlight, Pointlight, ups, da waren die Finger zu fett, Pointlight. Und, ähm, hier sagen wir als Farbe natürlich Color und als Intensität natürlich Intensity. So, und das ist im Endeffekt jetzt ein neues Punktlicht mit der vorgegebenen Intensität und Farbe. Und das bauen wir uns sozusagen hier direkt und das können wir jetzt auch hier oben ganz normal einfach hinzufügen. Das fügen wir allerdings direkt der Szene hinzu, ähm, damit wir nicht irgendwie was, was komisch machen. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir generieren uns unser Pointlight und es gibt natürlich auch noch andere Lichtquellen, okay. Es gibt noch Spotlights und so weiter und so fort, aber die wollen wir jetzt hier noch gar nicht behandeln. Die kommen irgendwann anders dran, die verhalten sich nämlich ein kleines bisschen anders. Also, Pointlight ist das einfachste, das könnt ihr euch quasi vorstellen, wie eine Glühbirne, nur ohne Glühbirne. Also, ihr seht keine Glühbirne, aber da ist halt einfach eine Lichtquelle, ja. Und das ist auch ganz nice soweit. So, ich mache das jetzt extra hier wieder als separate Variable, ähm, damit wir hier das Ganze auch, ähm, nun ja, unterscheiden können. Oder damit wir es nachher noch bearbeiten können, äh, Generate Pointlight. Und wir haben als Farbe, was nehmen wir als Farbe? Ich würde sagen, wir nehmen einfach tatsächlich, ähm, F, 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 also einfach weiß, ja. Das kann man aber durchaus auch ändern. Und mit der Intensität 1, das ist auch fein. Und anschließend fügen wir das einfach hinzu, indem wir hier sagen, scene, ups, scene.add.pointlight. Ja, wunderbar. Ähm, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal ganz kurz an. So, jetzt sehen wir immer noch, dass hier alles schwarz ist. So, und jetzt als kleine Zwischenübung sozusagen, überlegt mal, warum zur Hölle wir jetzt hier immer noch kein Licht sehen? Also, wenn ich jetzt hier nochmal kurz rübergehe, warum sehen wir hier nichts? Warum ist alles schwarz? Ähm, und ich bitte euch da mal ganz kurz drüber nachzudenken. Ist eigentlich relativ obvious, naja, das, ich, ich, ich spoiler jetzt, das Licht ist immer noch anstelle 0, 0, 0. Das heißt, wir müssen das Licht natürlich etwas verschieben. So, jetzt wisst ihr auch, warum ich hier gesagt habe, wir erstellen uns das Pointlight separat. Das heißt, wir sagen hier Pointlight.position, ganz wie gewohnt Punkt, lasst es uns einfach ein bisschen nach oben schieben, Punkt Y gleich 5. So, das heißt, wir schieben quasi unser Licht einfach ein bisschen nach oben. Und siehe da, es ist da. Ja, und so sieht Fonkshading aus. Das kennt ihr wahrscheinlich, das ist einfach ziemlich cool. Ähm, und wenn sich das jetzt auch dreht, hier sehen wir, da wird es heller und da spiegelt sich ein kleines bisschen und da wird es dann auch wieder heller. Und die Sachen, die halt nicht beleuchtet sind, die sind halt schwarz, ja. Das heißt, wir sehen hier, die Seite ist jetzt gerade schwarz, die hier ist sehr hell. Und jetzt wird es immer wieder ein bisschen heller, bis die beiden Farben ungefähr gleich sind. Und dann kriegt die hier ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Schatten ab und so weiter und so fort. Und das ist eigentlich eine coole Sache, wenn man hier mit Licht arbeiten möchte. Ja, und das ist eigentlich auch schon alles zum Punktlicht erstmal. Natürlich gibt es noch mehr Lichtarten, natürlich gibt es noch viel, viel mehr hier, als nur diese einfache, ähm, nun ja, dieses einfache Ding hier. Natürlich gibt es hier noch sehr viel mehr Sachen, die cool aussehen und so weiter. Aber die will ich euch jetzt nicht in diesem Video zeigen, sondern in den kommenden. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.